Man kann nicht die Inhalte von Softwarerechtlichem Stream konsumieren und die AfD unterstützen. Eigentlich sollte klar sein, dass man als Demokrat keine Partei unterstützen kann, die in einigen Bundesländern gesichert rechtsextrem ist und auf Bundesebene ein rechtsextremer Verdachtsfall. Aber darüber hinaus machen die Ideen des Streams ihn zu etwas, was die AfD laut ihren eigenen Aussagen als Feind betrachtet. Der damalige Vorsitzende und jetzige Ehrenvorsitzende der AfD, Dr. Alexander Gauland, hat den Rechtspopulismus als Reaktion auf die neue urbane Elite bezeichnet. Zu ihr gehören, so Gauland weiter, vor allem die neue Spezies der digitalen Informationsarbeiter. Dieses Milieu bleibe zwar unter sich, sei aber kulturell bunt. InformationsarbeiterInnen sind genau die Gruppe, um die es im Stream geht. Ein Ziel des Streams ist gerade zu zeigen, wie bunt diese Gruppe ist und dass wir uns sogar freuen, wenn sie in Zukunft noch bunter wird. Während Gauland uns vorwirft, dass der Zutritt zu dieser Klasse versperrt bleibt, nimmt sich der Stream-Team wie Karriere, Neueinsteigern oder QuerensteigerInnen an und trägt so seinen Teil zur Öffnung bei. Nun ist die AfD nicht irgendeine Partei. Ich wohne in Kasachsautern. Mein lokaler AfD-Bundestagsabgeordneter ist Sebastian Münzenmaier, ein rechtskräftig verurteilter Fußballhudiger. Mario Alexander Müller ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel-Schmidt. Er ist ein mehrfach rechtskräftig verurteilter Gewalttäter. Die letzte Verurteilung war 2021 wegen seiner Gewalt gegen zwei Zivilpolizisten, die er wohl für Linke hielt. Gegen den Bundeswehrangehörigen Maximilian T. wurde ermittelt, weil er ein Helfer des Naziterroristen Franco A. sein soll. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jan Nolte hat Maximilian T. während der Ermittlungen gegen ihn als Mitarbeiter eingestellt. Unter anderem kann Maximilian T. nun den Politikern aus dem Bundestag, die auf Franco A.s Feindesliste stehen, direkt am Besuch abstatten. Diese Liste hat er mutmaßlich selbst erstellt. Außerdem hat er nun Zugang zu den Unterlagen des Verteidigungsausschusses über ihn und Franco A., weil Jan Nolte diesem Ausschuss angehört. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich bezeichnet sich selbst als freundliches Gesicht des NS. Trotz seiner AfD-Ämtersperre sitzt er im Bundestag. Die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann ist wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt. Sie hat Reichsbürgern Zugang zum Bundestag verschafft, mutmaßlich, um das Parlament für einen Putsch auszukundschaften. Schon zuvor hat die AfD Personen in den Bundestag gelassen, um Abgeordnete anderer Parteien bei einer Abstimmung zu bedrängen. AfD-Mitglieder haben unter anderem zusammen mit Neonazis einen Plan zur Ausbürgerung von zu wenig assimilierten Deutschen nach Afrika diskutiert. Ähnlich dem Plan der Nazis, Deutsche und andere Europäer jüdischen Glaubens nach Madagaskar zu verschleppen. Bei diesem Treffen hat sich der schon erwähnte Mario Alexander Müller mit seinen Gewalttaten gebrüstet. Von Seiten der AfD war außerdem Roland Hartwig anwesend, zu dem Zeitpunkt persönlicher Referent der AfD-Bundesvorsitzenden Dr. Alice Weidel. Er behauptete, im Namen des AfD-Vorstands zu sprechen. Eigentlich wollen wir uns nur mit Softwarearchitektur beschäftigen, aber sich als Feind einer Organisation wiederzufinden, die ihre Ziele mit diesen Methoden verfolgt, kann uns nicht kalt lassen. Deswegen noch einmal. Man kann entweder die Inhalte von Softwarearchitektur im Stream konsumieren oder die AfD unterstützen. Beides gleichzeitig geht nicht. Wenn wir die Freiheiten behalten wollen, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung bietet und dem Stream so weiterführen wollen, müssen wir jetzt Stellung beziehen. Wie geht es denn, wenn wir die Freiheiten immer wieder haben? wie die Freiheiten beziehen wollen. Das ist ja nicht genau, wir sehen uns mitippen, Sie werden dasselungen in der Freiheiten verlieren. Vielen Dank.